guten morgen leif und seien jahren an diesem tutorial wollen wir euch ein bisschen mit einem kleinen abblick an die verschiedenen möglichkeiten an ausstellungen vom team skin hier rufen wir den teams anke ab so fernke kurz erklären die funktionen die in zusätzlich wird in der aktivität in der letzten stadt von tun hier kann ihn auch auf den filter klicken und dann hier zum beispiel aufweisen was den auch nicht geliefert beziehungsweise wo ihn selber erwähnt kauf da gibt es die massagen durchgestaltet das problem nützlich von den apps will nosischen war merke hei ob den chat gehen doch in der zusatzmöglichkeiten die ihnen zu den echten blick erkennt also ich mal wei kann ich mein kontakte prober zu erklären du musst sie für ihn ein bisschen sänger da weiß fanden ich weiß nicht denke wie ich das teile abgebaut tun mal ist schon luftvoll fernke zu weisen enke gruppe kreiert wo profe in der sie von einer klasse wo die schüler draußen direktionen verschieden einer klassen profe mit denen nicht viel am gespräch sind auch noch zum beispiel und ich dann sekretariat da geschrieben wie können die dort denn gruppen kreieren mit dem materiellen einfach create a new contact group und da geht der nummer an sogar mal zum beispiel test gruppe war seine gruppe entstanden du hast nach kemomba dran wie man schreibt die drei punkte klicken kann ich die person dabei füge zum beispiel einfach dann auswählen ad klicken schon dass die person an dieser gruppe mit dran das am ende steigen mit flotten überblick zu kreieren wann in zum beispiel ich will schüler aufweisen lassen oder profin du gesendet noch direkt den zustand ob die schüler moment verfügbar ist oder nicht wie ein amerikaner mädchen und ich nach mehr jungen die oft gefroht geht kann ich ein messer und direkt auf verschiedene leid schicken und ich da scheinbar muss die nummer gehen ja das mädchen ist ja so ein bisschen hei verstoppt wanda am tschätzt hier versteht dann tu und da muss darin nummer gehen heißt die dann auch ein gruppe handeln ja wie krein städte loh hin wenn ich hier zum beispiel 3mg profin agin fand hier nicht du musst hier folgen da muss hier gehen dem muss die handeln auf die pfeil den ruf geht klicken so look an to an neuen ob sie stehen gruppen name so durch immer zum beispiel gruppen nummer an sommer direktion dem muss ich dann aussichern und dann löter hei die einzel leiter an schwellung und alle guten nombre von der direktion so nur ein nach nadine an de laura so sobald steht dran hun brauche luke messer klicken mich klicken einfach hier an die fenster so weit gesinne ich lu am endeffekt stille hei ne mitnehmen mir heißt steht lu direktion da tischt die grupp die ich direktion genannt und steht hier uhr wenn ich gesinne noch wen alles du morgen berast den ich trage sagt und ich kann nur der gesamte grupp video call machen ich kann audio call machen oder mein bildschirm teilen enge noches checken die geht dann und alle guten moment die an dieser gruppe da sind ich kann auch eng datei dann direkt schärfen wie komme ich hier raus mal da klicken ich hier oben ob den new chat aber wenn ich hier an diesem feld wo steht start typing name or group zum beispiel direktion agin da steht mein gruppe an der sprach dieses auszuwählen ach schon und ich bin gruppe wo ich kann direkt und die verschiedene membres schreiben zum beispiel und ich dann auch ein gruppe gemäht da tischt hier eurem der feil ruf group name agin zum beispiel an mengen fall ein klasse troisiam gg alle guten schüler wie tei hat schon dann troisiam gg minus schüler geschrieben und du siehst dann automatisch alle guten schüler die zu dieser gruppe gehirren wo kann ich nur direkt auch alle schüler urufen einen audio call machen oder eben auch bildschirm teilen oder files rivaluten am besten date immer über den teams oder kalender machen mir hier sind meistens geht für auch zum beispiel profen mit denen direkt verlangt meeting machen zu erwähnen und du dich direkt auch nie musen teams zu kriegen oder so ähnlich kann ich das dann direkt ein machen so weit dazu die nächste funktion die meist auch gucken als teams wann in wann in viele gruppen als wie das auch bei mir am fall erst da fängt das bemoll unten ein bisschen übersichtlich zu gehen hier wie gesagt die welt durchgestalten das sind die wo ein nein noch ist dann losgauf die ich dann nicht geguckt tun mir fehler ein bisschen ordnung hier dran zu kriegen in der zwei menschkeiten der könnt die einzelgruppen hier hin und durchgehend regeln wenn da zum beispiel wilde gewissen ordnung dort dran kriegen in einer menschkeit die ist auch sinnvoll fanden als digital auch wenn ob den optionen und da mal das switch view so da kommt daran ob das darstellungsbereich und heikander die layout vielen zwischendengen quitt der tisch das so durchgestalten können ein löscht machen so das hatte vier deal dass lohi schien in der nächsten du also erfährte google wo ihr besser eins geht hier ist der vier deal dass ihn direkt kann die einzelnteams uklicken an den kanal geht abgemäht und kann die ganze seien dadurch ja gehen du musst aber ich selber wissen was am besten oder am nächsten hört dann gibt es hier eine funktion die nennt sich calls was das denn nennen steht bei calls kann ich direkt ein video call oder ein audio call machen ist schon hier auch ein menschen löschte weise am konten am chat bereich definiert tun natürlich euren prof in direktion schüler und so weiter und so fort er kann ich auch speed styles dabei gehen das sind dem hat den ich viel kontakt tun einer kontakt hier fand ich alle gute mensch kontakt haben wie eben ein telefonbuch denn für den heiter drinnen als ich kann direkt einen kontakt sichern ich kann dem jenischen chat noch ist anna los und ich kann die mail abrufen da geht automatisch ein e mail fenster ob ich kann noch ein video call audio call machen an ich kann heben zum speed dial setzen das städte nehmen scheinen direkt und wenn am enger löscht werden funktionen genit nach mal schon die drei punkten sollte das zählisch werden wann ich ob apps klicken der tisch bekannt fand ich in der apps mal dazu so zusatz funktionen die ich kann am mengen teams installieren aber du zum beispiel ob edukation heikin genet ein reifen programme die ich zuletzt kann benutzen in einer anderen heide krisselt du guck doch ein bisschen du noten das sind nicht alles unbedingt frei appen die das zusätzlich installieren kann mir du sind auch dabei du musst ihnen dann ein zusatz abo holen lösen ist einfach einka durch und haben sie interessantes dabei ist kann ich ja mal kann ihnen sich doch mal austauschen wenn etwas flottes du von tut zum schluss danach interessant sag ich mal zurück auf mein chat dass egal wo der dolo dran sitzt hier oben im profil kann ich folgend möglichkeiten machen wie ich ein paar gesunde kann ein high bilder löschen zusätzlich kann ein high auswählen den status ob neben verfügbar ist gerade nicht für gestehrt gehen beschäftigt hast oder ob in einem zack grad könnt er kann ich auch ein messer schaden los sind kann ich ein app sei rasch schreiben das kann ich heißen das geht ugewiesen sobald immer etwas schreibt an ich kason wie lang dem messer soll ugewiesen gehen wenn ich zum beispiel in der kirche sind an ich kachen nicht bis mal da schreibe ich halt dran sorry kann lo grad nicht sind an der kirche und am kachen und dann für vier stunden in dem war ich voll kachen dann kann ich auch hier in der settings gucken zum schluss wenn da du auch für informationen einfach in der darin hat man gewählt sein mit der lista noch durchstellung zum beispiel ob ich will normale durchstellung oder schwarz-weiß durchstellung oder hege kontrast da das sagen wir fragen selber über los auch spruch kann ein high erstellen ein paar wichtigste sachen die in heiterin auch fängt als was wenn ich will ich bei benötigen über e-mail über banner oder das ist am feed kann ich für alles einzelne sei alle einzelnen sache erstellen wenn er mal probleme mit bildern tonen hat dann ist der titen immens relevant da geht er mal auf die weiß es und ich könnte auswählen wo riva den ton könnt es zum beispiel und mei wie eng köln wo ich ton kann aufspielen an ragin dadurch kann ich scheitert auswählen zu wollen woher ist das ganz war das mein mikro und da kann ich das ganz einfach selber testen hat ja so kamera die ich kann auswählen die hast gerade so geklappt ich kann sagen ob man du gesagt ihnen dann direkt live bild dann zum schluss nach wann auch probleme existieren kann den heimler permissions können gucken ob alles geschaltet ist weil teams wenn kamera monet funktioniert oder dem mikro der speakers lohnt sich das teilen kann zu testen wenn das nämlich ausgeschaltet das dann dürfte dann darf man labern dem teams nicht ob die dote sachen zuzugreifen an der kinder auch gehen nach stehren es im teams an die kind doch nicht darüber opulen soweit du zu ganz zum schluss und nach einer karls kann den heisen georeng voicemail arries denn der tischt wann in nur 20 können oder wie in teilweise erstellen mit entfernt gibt teams automatisch in eng noch ist und die jenischen du kann ihn auch hier erstellen wie ein spruch in der zwölf hier lesen kann ich selber ein greeting schreiben an wann einem den ton selber nicht gefällt wann in augenruf geht kann in halbmöglichkeit auch nach einer anderen rauszuwählen so weit dazu schaffen das war ein bisschen nützlich für ein bisschen funktionen die mit die funktionen von teams kennen zu leeren wünschen sich nach schönen dach an den gut gesundheit